Die Bedeutung für mich ist, dass mein Sohn wird speziell einmal erwachsen. Ein 13-jähriges Kind, also so wie es normal bei 18 ist gesetzlich bei uns, bei 13 Jahren ist er volljährig. Dann habe ich meinem Sohn gefragt und er hat gesagt, alle meine Freunde haben so toll bei uns was gehabt. Mir gefällt es so aus. Und dann kommt hier, zuerst von dem Kotenzer. Es tut sich sehr vieles in der ganzen jüdischen Gasse und es gibt ja auch verschiedene Gruppen, Abspaltungen und jeder feiert halt für sich oder auch traditionell. Wir haben eine Frau, dass wir agradeziert. Wir haben eine Frau, dass wir neu aus den ganzen Jahren getrunen. Und dann hat es so aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017